So, gucken mal ob die nächste Quest schwieriger ist. Ah, wie voll sie mittlerweile ist. Eieiei. Oh ja. Oh, das sollte doch jetzt nicht so schwer sein. Ich will erstmal meine Truhe öffnen. Hopp, Platz da! Ah sehr schön, so wo müssen wir denn jetzt, ah ne dann machen wir gleich wieder eine Reise, okay, das gefällt mir jetzt gar nicht, da habe ich leider noch gar keinen Punkt, aber das ist ziemlich doof, müssen wir doch laufen, ich hoffe das dauert jetzt nicht allzu lange, jetzt das Wasser sieht grad sehr versüfft aus, jetzt fängt es auch noch an zu regnen, na komm, was ist los, da er grad auf unserem Weg ist, würde ich mal sagen, tschüss Sikowski, hey, hey, oh hier sieht es ganz schön schäbisch aus irgendwie, hier, oh, oh, Jetzt sollten wir doch gleich da sein. Arno, du kranker Sau. Ähm, was ist die Fall? Oh, jetzt. Was ist passiert? Renard hat Lunte gerochen, seine Leute sind mit dem Diamanten verschwunden, ihr müsst ihn wiederholen. Wir haben jemanden um ihn außer Landes zu schmuggeln, aber ihr habt nur eine Stunde Zeit. Schnell. Okay, also zum nächsten Kontaktmann. Oh Gott, das gefällt mir mal gar nicht. Das gefällt mir mal gar nicht. Das gefällt mir mal gar nicht. Oh Gott, das ist kalt, das wird nichts. Ja. Komm. Oh, nein. Schade. Es lief jetzt nicht so wie geplant. Das war auf zum zweiten Versuch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach Mist. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wo ist der? Wer hat das getan? Wollen wir uns nochmal ganz ruhig verhalten. Okay. Oh fuck. Was? So, einer weniger. Komm, Anu, mach ihn! Mach ihn! So. Oh nein. Ja, hättet ihr euch mal nicht eingemischt. Aber so seid ihr selbst dran schuld. Ah, der windet sich auch noch, wenn wir ihn mal erlösen. So, wollen wir mal gucken, wie weit das jetzt noch ist. Aber nicht so weit. Ah. Okay, vielleicht schaffe ich es doch hier rüber. Wow. Manchmal überrascht mich Anu dann doch, was er kann. Ähm. Okay. Da hinten sind welche. Lass dich einfach fallen. Habt ihr ihn? Ja, hier. Gute Arbeit. Keine Sorge, der Stein wird noch vor Monatsende sicher in Russland ankommen. Merci, mon ami. Ah, das lief doch gut. Du musst schnell noch hier rauskommen. Ähm. Arno. Ich bin kein Bastard, du Bastard. Ich bin kein Bastard, du Bastard. Ähm. Arno. Stell dich doch manchmal nicht so an. So. Wieder schön viel Money gemacht. Wollen wir doch mal gucken. Erstmal vielleicht danach machen können. Okay, die Questreihe ist ja erstmal hier vorbei. So. Wollen wir uns doch dann nach an die Hauptquest wagen. Ähm. So. Schnellreise. Und ja. Pfff. 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 Pfff.